Yo Leute, hier ist der Guzoa. Kev GoAround ist mit am Start und auch der Diziax mit seinem Scheißköter. Moinsen Leute. Moin. Ja, den wollten wir auch schon mal einsperren, aber er hat sich nicht einsperren lassen. So. Jetzt gucken wir mal, was wir hier an Angriffen haben. Ich gucke mal gerade, ich glaube, das von Markus war jetzt nicht der Knüller, da gucken wir mal. Ne, das reicht halt gar nicht, das ist halt, nein, das reicht nicht. Ja, wir haben ja zuvor aufgenommen mit Kev Go und, oh, das ist ziemlich geil. Ah, guckt euch das mal bitte an vom LOL-Gamer, der haut raus. Wir haben hier eine ziemlich komische Base, würde ich sagen. Kleinen Moment, ich muss da erstmal gucken, was haben wir hier? Also, wir haben Townhold 10, aber auf dem Stand eines Maxed-9ers. Richtig? Ähm, jo. Ja. Hat nochmal mit dem Inferno. Genau, der Inferno da, die Kanone da, dann hier der Magiaturm auch schon, da auch noch ein Inferno. So, jetzt das Problem. Problem, also, der Loot ist nicht der Knüller, weil wir sind ja in Gold 2, da ist es eigentlich, da kann man sich ja schon seine Gegner aussuchen. Ich weiß gar nicht, ob ich den angegriffen hätte, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Ich muss mal gerade gucken, wo hat denn der seine ganze, hier, hier, ich würde mal sagen, der innere Kern, wa? Aber, wenn ich jetzt mal blöd fragen darf, was ist denn das für eine Bersis überhaupt? Also, vielleicht hätte ich ihn auch einfach nur angegriffen aus Bersis. Weil, ja, glaube ich auch nur an, anders wird es nicht sein. Einfach nur für ein Video, ja. Genau, genau, genau. Wird auch nicht anders sein, weil wirklich, es ist vom Loot her okay. Okay, aber ganz ehrlich, wenn ich die Bogies habe, 134 Stück davon und die Minions und dann auch die Low-Helden, dann kann ich ja mit der Base nicht viel anfangen. Das heißt, das wird garantiert so gewesen sein. Gucken wir mal rein, was hier geht. Aber ich würde mal denken, dass er... Jetzt ein Threes daraus hat. Richtig. Ja, stimmt, jetzt, wo du es sagst. Nein, also ich würde sagen, ich würde mich auf jeden Fall von dem Bereich komplett weghalten und auch von dem Bereich. Ich würde halt wirklich sagen, von einer Ecke anfangen, weil, wenn ich jetzt zum Beispiel hier von einer Flanke hier anfange, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich trotzdem sehr hoch, dass die nicht gleich direkt rein, sondern vielleicht auch außenrum rennen. Ich würde wirklich sagen, ich würde an einer Ecke anfangen. Ja. Aber gucken wir mal. Wir werden es sehen, wir werden es sehen, ja. Genau. Da? Achso, er hat erst mal geguckt, wo er Prozent denn naschen kann. Oder ist er am Trophäen? Nee, nicht bei Gold 2, glaub mal. Nee, wahrscheinlich nicht. Warum das? Aber okay, wir werden es. Oder er ist auf den Loot-Bonus aus. Ja, genau, bei Gold 2. Es gibt ja nur so Prozent oder so, weil es ja nach Prozent nicht geht. Ja, er erklärt mir doch, er gibt mir irgendeinen anderen plausiblen Grund, warum er dich so war. Er wollte die Base einfach zeigen, er wollte halt sagen, okay, guck mal hier, hier natürlich mit den Luckys selber hier in diesem Bereich, wo man halt wirklich, ja, den reinen Bodentruppenangriff hat, ist natürlich cool. Aber ansonsten ist das jetzt, weil ich sehe es noch nicht. Gucken wir uns das mal an, wie das hier endet. Verläuft, ja. Vielleicht wird das ja auch der totale Burner. Ja, ich, also ich kann es mir persönlich halt einfach nicht vorstellen. Also ich glaube, ludmäßig wird es sich nicht ansatzweise lohnen, weil er halt nicht wirklich reinkommt zu den Lagern. Hier kriegt er ein Lager, da kriegt er ein Lager und das war es dann auch schon. Er kriegt auch das Dunkle hier nicht. Das wird alles zu tricky sein. Und die Heldenruppen natürlich auch nicht wirklich was. Wobei da halt echt extrem wenig Abwehranlagen nur noch am Start sind, wenn man sich das jetzt mal anschaut. Ey du, glaub mal, die Bogietürme, die machen schon noch was. Und hier haben wir auch einen Expo und wir haben auch noch beide Helden drin. Glaub mal, das ist mehr als du denkst. Klar, klar, also nö, nö, easy auf keinen Fall. Die Teslin allein machen extrem viel Schaden, aber ich sag halt mal so, es sind halt im Vergleich zu vorher wirklich nicht mehr viele und vor allem für die Armee. Aber mit den Helden kann man nicht reißen. Nein, 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 nein. Und zumal die Queen vorm King gesetzt, ist auch eher unklever. Was da natürlich extrem nice gewesen wäre, wäre ein Queen Walk. Ja, na hör doch auf, Junge. Ich hätte das Ding auseinandergenommen. Alter, hätte ich so gesplasht, Alter, auf jeden Fall. Ja klar, logisch. Da brauchen wir nicht drüber reden. Das wäre das perfekte Ding gewesen. Wobei er halt auch zwei Sterne geholt hat. Ja, aber es geht halt eben darum, guck mal, wenn du sagst zwei Sterne in Gold 2, wie gesagt, es war halt eine Base, die man gerne mal sehen durfte. Klar, also dafür natürlich Daumen nach oben, auf jeden Fall. Das ist schon cool. Aber gelohnt hat sich das Ding auf keinen Fall. Nee. So, jetzt gucken wir mal. Besuch doch mal den Typen eben aufs Profil. Du meinst, Rollgamer? Vielleicht wollte er ja hochgehen mit den Pukis. Aber das kann man ja nur schwer sehen, weil jetzt ja eh jeder sein Rathaus drin hat. Nee, nee, hier. Oder? Ja, nee, ich glaub... Nee, nee, dann... Nee. Unwahrscheinlich, sagen wir es mal so. Ja. Jetzt haben wir hier Ice Storm. Mal gucken, was Ice Storm raushaut. Der haut schön Loot raus. Wir haben hier einen richtig schönen AFK-Gegner, Town Hall 9. Und nicht mal maxt. Guckt mal, das ist Stand Town Hall 8. Und da passiert nicht viel. Klar, er hat zwar die Queen, aber... Alter, Sammler und Minen richtig ratzepatzevoll. Schade ist natürlich, dass er die Bohrer nicht komplett gemixt hatte. Dann wäre es noch mehr gewesen. Ja, dann wäre es... Aber das ist natürlich schon... Komm, 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 komm. Das ist geiler Loot. Und ich spoilere... Ja, es waren 100%. Ja. So, jetzt gucken wir mal, was hier geht. Oh, erst mal richtig eine Golem-Riesenschlange gebaut. Sagen wir es mal so. Yippie, ja, ja, ich schweine Backe. Da sind wir drin. Wobei ich aber ganz ehrlich sein muss. Ich meine, er hat natürlich den Vorteil, dass die Riesen dann halt auch gut losgehen. Aber ganz ehrlich, ich meine, wenn ich das alles auf einer Ecke habe, hätte der Golem das doch genauso getan. Oder sehe ich das falsch? Hätte man vielleicht ein bisschen mehr verteilen können. Ja, richtig. Genau. Haben die Mauerbrecher überhaupt ausgereicht, dass er so überall aufsprengen könnte? Ich glaube nicht. Naja, er konnte nur hier die eine Mauer. Ja. Habe ich jetzt gesehen. So. Vorteil hier, stopp. Ganz großer Vorteil ist halt wirklich bei ihm jetzt momentan. Er hat den Heiler noch mit dran, der halt noch ein bisschen was heilt. Und aber auch hier noch draußen die Barbaren. Der Magier-Turm geht aber schon auf den Golem und die Riesen. Und jetzt würden die natürlich von außen richtig aufs Maul bekommen. Und da kommen die Barbaren nochmal ins Spiel. Das ist natürlich mega geil. Guckt mal hier. Ja, das stimmt schon. Das hat er richtig geil gemacht. Guckt mal hier. Der Magier-Turm. Zack, weg ist er. Jo. Und das war schon ziemlich geil. Ja, das kann man ihm lassen auf jeden Fall. Ganz ehrlich, das ist schon ... Der greift öfter mit der Taktik an, würde ich sagen. Also, wenn ... Ganz ehrlich, hätte ich die Truppen gehabt, ich hätte mich gefreut, wenn ich einen One-Star hinbekommen hätte. Muss ich ... Muss ich ganz ehrlich ... Wie gesagt, ihr wisst das von mir immer wieder. Da bin ich halt ehrlich ... Da bin ich halt ein No-Hand und fertig. So. Da braucht man nicht sagen, naja, gut, okay. Ich hätte ja gemacht. Ganz ehrlich, den Angriff hätte ich definitiv nicht mit drei Ständen rausgekriegt. In das Wasser gesetzt. Genau. Nee, aber gut. Da war sogar noch eine Springtrap aktiv. Alter, wie ... Und dann kommt er hier noch raus und dann killt er sogar noch ... Alter Falter. Krass, jetzt kümmert die Queen sich schön drum ums Innere. Und wir ... Ah, okay, Vorteil hier. Er hat hier noch halt wirklich die beiden Golem-Welpen, wenn man's so nennen darf. Und das passt natürlich dann. Aber ansonsten natürlich echt ne knappe, aber ne richtig, richtig gute Kiste. Und das Ding hat sich natürlich richtig gelohnt. Ja, vor allem mit der Armee. Die Armee kostet ja nix, die der da am Start hatte. Okay, Moment, ich krieg einen Anruf. Bis gleich. Ja, warte hier. Easy Lifestyle. Ja, kein Thema, logisch. Wie wir sagen, die kann ich direkt von zuhause abnehmen. Wenn die so nix wieder eine Anzeige, ohne zu schnüllen, ist ja mal so, wenn ich sage, pass auf, weil ich ja nicht aus Flensburg komme. Ich komme halt eben von mir aus zu Hause, fahre ich halt nach Flensburg rein. Das heißt also, wenn du jetzt was nix, du saß mir, ich wohne da und da, dann komme ich die auch direkt abnehmen. Nicht weh. Ah, ist ja da an der Ecke. Ja, ich weiß, wo das ist. Genau, ja, das ist kein Thema. Schickst du mir das einfach mal mal bei SMS, dann habe ich das definitiv. Dann kann ich das auch nicht vergessen und dann passt das. Dann bin ich zu 5 Uhr da. Perfekt, machen wir so. Bis dann. Ciao, ciao. So, sorry. So. So. Der war ja schon mal richtig edel. Edel? Ja, so, jetzt gucken wir mal. So, jetzt sind wir wieder da. Ich hatte gerade einen Anruf. Uruk, gucken wir mal, ob es wirklich One Million Loot ist. Jetzt, mal schauen. Alter, richtig. Oh. Kev, was sagst du, was sagst du, wenn du diesen Gegner in Champ 2 sehen würdest? Ich glaube, du wirst dich ein bisschen freuen, oder? Ja. Vor allem, der hat auch noch eine Luftabwehr im Bau und die anderen sind unterlevelt, beziehungsweise nicht maxed. Ja. Und Rathos 8 Drachen Fights und auch Rathos 9 Drachen Fights sind so episch. Die sind so gut. Es ist so geil. Also, ich sehe es halt wirklich bei meinem Town Hall 8 Account halt immer wieder. Ich baue halt wirklich, weil ich halt schon relativ maxed 8 bin, halt wirklich nur noch Drachen und Rage Spells und das Ding läuft. Ich kriege immer schön Gold, ich kriege immer schön Dunkles und fertig. Lass es uns einfach mal anschauen. Ich muss da jetzt auch mal ganz kurz so an deine Community was sagen. Eigentlich echt abgefahren, dass es so gut in dem Clan funktioniert, mehr oder weniger. Vielleicht schaue ich demnächst, wenn das für den Guse okay ist, auch mal vorbei. Ja. Weil so ein paar Million Loot Rates kann man mehr oder weniger immer gebrauchen. Und die Qualität ist auch wirklich um einiges besser geworden. Früher war es dann halt wirklich so, dann hat man irgendwie 150K von beidem oder sowas gehabt und jetzt guckt man rein und sieht halt wirklich schön das, was man sehen möchte. Weil die Sache ist halt wirklich, die habe ich halt irgendwie zehn Fights, die ich sag mal Standard sind oder habe ich halt wirklich ein, zwei Dinger dabei, die richtig, richtig geil sind und dann hat man was. Muss ich halt auch sagen, das finde ich echt gut. Seht ihr das auch gerade in der Übertragung? Der, der Clan-Tag bewegt sich. Hm? Lol, ja. Der wackelt so rum. Ist das ein Cranker-Shit? Hä? Warte mal. Jetzt nicht mehr. Alter. Bug. Hä? Sehr geil. Warum hat er sich eben bewegt? Ja, genau. Das müssen wir noch in einem Extra-Analyse-Video genau auseinandernehmen. Unbelievable. Genau, ganz genau. Glitch. Ganz genau. So schaut's aus, Leute. So macht man das. Auf jeden Fall. Also das war natürlich der Win der Woche. Auf jeden Fall, das Ding läuft hier. Also einwandfrei. Und hier wäre natürlich noch einiges mehr gegangen. Die Base war halt nicht der Knüller. Und dann kann man natürlich wirklich mit Drachen, ich zeige das jetzt auch hier nochmal ganz kurz, können wir hier halt nochmal richtig schön zeigen. Er hat leider ein bisschen wenig Gold. Sonst hätte ich gesagt, komm, den nehmen wir. Aber das ist mir einfach zu wenig Gold. Ich will halt schon so, 200k hätte ich schon gern. Und das muss schon sein. Gesundheit. Oh, hier guckt es euch bitte. Boah, perfektes Beispiel. Ich würde mal sagen, die beiden. Und dann hoffentlich, hoffentlich sage ich mal ganz vorsichtig, eventuell noch das Rathaus, dass ich damit halt eben noch mehr Loot klar mache. Ja, drei Sterne könnten da sogar drin sein. Nee, 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 nee. Das weiß ich, dass das nicht der Fall ist. Aber okay, das passt schon. Wobei, du hast keine Blitzzauber, stimmt. Nee, nee, nee. Ich mache immer Ein of Rage. Das ist alles easy going. Ein of Rage. Ich brauche mal keine Rager. Hier, den haue ich hier rein. Wobei, wenn dein König da anhält, Oh, jetzt hier Päckermäßig am Start. Nee, geht ja nicht mit Townhall Neu. Ja, 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 ich weiß. Das habe ich überhaupt nicht gedacht. Ich haue mal Päckermäßig hier noch ein Wut, ein Gift rein. Guckt mal. Und man denkt das echt nicht. Man denkt immer, oh, na ja, die halten ja nicht so viel aus, die Drachen. Und dann zerfetzen die doch die halbe Base. Ja, ja. Hättest du irgendwie einen Blitzzauber dabei gehabt, hättest du dir eine Luft aber vielleicht zerstören können. Ähm. Hätte ich jetzt echt eigentlich gedacht, dass es auf drei Sterne sag ich jetzt mal herauslaufen könnte. Das stimmt schon. Das hätte man garantiert drauf anlegen können. Da hast du schon vollkommen recht. Das ist schon so. Weißt du, hättest du jetzt einen Blitzzauber gehabt da unten die eine Luftabwehr noch zerstört. Dann wäre nur noch da der X-Bogen gewesen. Äh, X-Bogen, sag ich schon. Der Bogenschützenturm. Passt. Ja. Das Rathaus leider. Aber nicht schlecht. Ja, schade. Aber ganz ehrlich, das passt. Das ist wieder schön für meine... Hier, guck mal. Ich kriege extra Loot. Also, das heißt, ich kann den wieder einsammeln. Jetzt muss ich mal gucken. Hier habe ich meine Base, meine CB. Mache ich hier mal schön. Zack. Und dann gönne ich mir nämlich gleich wieder eine Mauer. So, gucken wir mal. Was haben wir hier? Ja, das geht nämlich schon langsam. Langsam sieht das schon ganz nett aus hier. Mit den Achtermauern. Das passt. Und dann ist das Schiggy. Jetzt gucke ich mal. Hau ich noch die nächsten Dragos gleich rein. Und damit farmt es sich supergeil. Äh, Kefko, du bist so ruhig. Äh, yo. Nebenbei noch übelst am, äh, am Suchten, ne? Nebenbei. Nee, nee. So, One Million Loot. Jetzt gucken wir nochmal hier. Was haben wir hier? Nebenbei 900k. Was wollen wir mehr? Einwandfrei. Auch wieder. Okay. Ihr seht selber, wenn, wenn man die wirklich so dicht beieinander hat, die Beträge von, von Gold und Alex, da kann man sich schon ziemlich sicher sein, dass es halt wirklich in Sammler und Minen drin ist und wirklich in den Lagern halt gar nichts mehr. Zumal 900 auch das maximale Raidbare ist, wenn die Lager leer sind, was halt in den Sammlern sein kann. Sammler und Minen. Mhm. Da seid ihr gerade platt bei den Raids, wa? Nee, ich muss einfach sagen, es hat mich echt am Anfang so gedacht, gut, da ist jetzt vielleicht mal eine Million Loot-Rate, das andere ist alles immer wahrscheinlich so Standard, 600.000 Loot, weißt du? Weil viele, die sagen sich dann halt, komm, vielleicht nimmt das ja doch mit ins Video, bla. Aber hätte ich echt nicht gedacht, habe ich auch eben schon gesagt. Und so ist aber, so wie du es halt sagst, diese Jax, also, ähm, wenn, wenn, wenn es, wenn man halt wirklich merkt, ey, cool, das sind halt echt richtig gute Angriffe, dann darf halt eben auch mal ein Lob ausgesprochen werden, vollkommen richtig, sehe ich ganz genauso. Dann kann man sagen, ey, hier läuft einwandfrei, supergeil. Ja. Und die meisten sind ja auch, beziehungsweise bis auf den jetzt, sind ja auch mit guten Truppen, mit so Riesen, auch mal den Heiler dabei, was auch ein bisschen, ähm, ja, spannender ist. Wobei ich, wobei ich auch echt sagen muss, ganz ehrlich, wenn ich 900k-Rate habe, dann würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, ey, weißt du was, du bist ja ein alter Sack, warum hast du denn hier zum Beispiel erstens nur 49% gemacht? Ja. Und außerdem hast du noch gebarscht. Du bist so eine dumme Sau. Nee, das ist natürlich klar, also an die Fahrkalle läuft bei dir auf jeden Fall. Nee, also das war auf jeden Fall eine mega coole Nummer. Damit wollen wir es auch jetzt zu Ende gehen lassen. Jetzt habt ihr beide das Schlusswort, also Kev, go around. Wunderschön. Dann dürft ihr natürlich bei ihm auch mal vorbeigucken und beim DZ-Jax natürlich auch. Klar. So. Jo, wir hoffen natürlich, es hat euch gefallen und wenn ja, schreibt es in die Kommentare und lasst eine positive Bewertung da. Und jo. So schaut es aus. Und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns im nächsten Clash of Clans Video. Bis dahin, Leute. Ciao. Reingehauen. Ciao, ciao.